Servus zusammen, herzlich willkommen zurück zu U-Boat! Eigentlich war ich ja ganz friedlich auf der Heimreise, nachdem ich die erste Mission erfolgreich beendet hatte. Allerdings ist die Situation hat sich ein bisschen verändert. Also wer die letzte Folge gesehen hat, ich bin ja noch mal auf einen Konvoi gestoßen. Der hat auf jeden Fall hier zwei Zerstörer dabei, eine Korvette, zwei Korvetten, also vier Kriegsschiffe insgesamt. Das ist natürlich also eher prekär, würde ich mal sagen. Und den jetzt anzugreifen, halte ich für relativ unklug. Also mein erster Impuls ist natürlich abhauen. Allerdings muss ich sagen, also wir schauen uns das Ganze vielleicht erst mal an. Wir gehen erst mal auf Seerohrtiefe und dann überlegen wir mal, was wir mit dieser Situation anfangen. Also erst mal abtauchen. Ich hoffe mal, dass die mich noch nicht gesehen haben. Das ist meine große Hoffnung. Und das kann ich natürlich auch nicht herausfinden. Ich weiß zwar natürlich, ich bin natürlich massiv sichtbar, dadurch, dass ich jetzt gerade noch über Wasser bin. Und die Kiste macht auch relativ viel Krach. Also heißt, die Chancen stehen schon ganz gut entdeckt zu werden. Aber das ist schon noch eine relativ hohe Distanz zum Gegner. Wie viel haben wir denn hier? Kann ich das hier eigentlich ausmessen? Das weiß ich gar nicht. Okay, über drei Kilometer aktuell noch. Also mit ganz viel Glück haben die mich aktuell noch gar nicht gesehen. Also schauen wir mal. Wechseln auf E-Maschinen. Dann setzen wir hier den Funker wieder an das Hydrofon. Jawohl. Ab in den Horcheraum. Kommandant ist wo? Der ist schon am Angriffsperiskop. Torpedorohre sollten alle vier Stück geladen sein. Genau, das sieht schon mal ganz gut aus. Also wir sind schon handlungsfähig. Aber das ist natürlich das Spiel mit dem Feuer. Wir schauen uns die Sache erst mal im Periskop an, würde ich sagen. So. Einmal hier in den manuellen Modus gehen. Und schauen, ob wir die Gegner ausfindig machen können. Wir gehen erst mal auf 0 Grad. Und die müssen ja theoretisch hier irgendwie so ungefähr in dieser Richtung irgendwo sein. Hm, hm, hm. Okay, das sind natürlich jetzt auch knapp drei Kilometer Entfernung. Vielleicht kriege ich die einfach noch nicht zu sehen. Schauen wir mal. Was sagt das Hydrofon? Okay. Das ist einfach noch nicht im Sichtbereich. Dann beobachten wir mal die Schiffe so ein bisschen, was die so treiben. Wir gehen auf kleine Fahrt. Okay, der hier draußen, das wäre direkt eine Korvette. Der würde jetzt praktisch schon so ungefähr in meine Schussbahn reinfahren. In meine theoretische Schussbahn. Ich will noch nichts, äh, noch nichts verschreien. Dann hier drüben haben wir noch eine Korvette. Auf der Seite ein Frachter. Das ist aber auch ein interessanter Konvoi. Eins, zwei, drei Frachter, zwei Zerstörer, zwei Korvetten. Also entweder sind das, ist das halt einfach eher ein militärischer Konvoi oder das sind einfach verdammt wertvolle Frachter. Aber vier Kriegsschiffe. Das ist halt schon massiv. Das wäre der hier, der oberste. Sollen wir für den mal eine Torpedo-Lösung pro forma errechnen lassen. So, ich teile hier den beiden Kollegen erstmal jeweils einen Seemann zu, damit die ein bisschen effizienter werden. Okay, knapp zwei Kilometer hätten wir hier. Und die scheinen auch alle noch den Kurs beizubehalten. Also da zackt noch keiner, da geht noch keiner aus der Formation raus. Ich würde mal vermuten, die haben mich noch nicht entdeckt. Wir schauen mal schnell durchs Boot. Es wäre sicherlich ratsam, Lärmquellen auszuschalten. Aber ich glaube aktuell, die Kompressoren sind auf jeden Fall aus. Ich muss mir irgendeinen Typen schnappen und hier manuell mal schnell durchgehen. So, der will nicht aufstehen. Kann er sein? Doch, geht. Okay. Dann schalten wir auf jeden Fall mal den Kreisel-Kompass aus, damit der keinen unnötigen Lärm macht und stellen wir auf Blaulicht um. Einfach um den Sauerstoffverbrauch ein bisschen zu reduzieren. So, den schalten wir mal aus hier. Der ist aus, die Lenzpumpe. Und hier stellen wir mal auf blaues Licht um. In der Hoffnung, dass wir dann einfach ein bisschen länger Sauerstoff haben, weil man hat nicht allzu lange Sauerstoff, habe ich gesehen. Also ich würde mal sagen, so Pi mal Daumen eine knappe Stunde. Das heißt, wir können uns hier nicht allzu viel Taucherei erlauben. Das sollte jetzt relativ schnell von anstatten gehen alles. Boah, ich weiß echt nicht, ob das so eine gute Idee ist. Aber es ist einfach zu verlockend, dieser ganze Konvoi hier. Und selbst wenn ich jetzt hier nur ein Schiff rausschieße, Kriegsschiffe zu versenken, ich glaube, das gibt halt richtig fett Belohnung. Was sagt die Torpedolösung? Das ist bei 74%. Ja, jetzt oder nie, oder? Ja, komm, wir machen das. Wir feuern die Torpedos ab, schauen, was passiert und dann können wir immer noch abtauchen. Richtig tief runtergehen. 93% ist die Ziellösung hier. Der wird noch vorgewärmt. Der ist, glaube ich, schon vorgewärmt hier. Dann werden wir mal Rohr 1 und 4 bewässern. Ich habe echt ein bisschen Herzklopfen, merke ich gerade. So soll es doch sein. Und Feuer. So, beide alle sind im Wasser. Dann, das ist der hier unten. Nein, keinen Kurs draufsetzen, bist du wahnsinnig. So, Zerstörer. Ja, bist du denn bescheuert? Ich will doch hier nur eine Torpedolösung errechnen. So, jetzt, vielleicht klappt das ja noch auf die Schnelle. Ja, das wird wahrscheinlich nicht mehr funktionieren, weil dann könnte ich den hier auch noch unter Feuer nehmen, den Zerstörer dahinter. Ja, das wird wahrscheinlich zu eng. Hier sind die Aale. Und das mit der Torpedolösung dauert natürlich eine ganze Weile. Wieso kann ich ihn eigentlich? Moment mal, ihn müsste ich doch auch noch eine Lösung errechnen lassen können. Dann tun die praktisch zusammen. Und dann geht das normalerweise ein bisschen schneller. Jetzt sind die also beide fleißig am Rechnen hier. Einmal der Kommandant am Angriffsperiskop und einmal der Heini am Hydrofon hier. Kapitän. Boah. Ach shit, ich habe die Torpedos nicht mehr umgestellt. Macht, glaube ich, schon immer Sinn, die Geschwindigkeit auch selber nochmal einzustellen, also hochzudrehen, den Winkel zu verringern. Das habe ich jetzt nicht gemacht. Das war dumm. Boah, ich hoffe mal, die treffen. Ja, es wäre natürlich auch ratsam gewesen, einfach früher schon die Ziellösung für den Zerstörer zu errechnen. Jetzt sind wir bei 20 Prozent. Aber grün müsste das halt schon werden. Das wird es, glaube ich, so ab 50 ungefähr. Und dann könnten wir sie theoretisch abfeuern. Aber dann habt ihr halt schon noch jede Möglichkeit, einfach auszuweichen. 40 Sekunden noch. Mann, 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 Mann. 30 Sekunden. Das wird, glaube ich, nichts mehr. Okay, wir gehen mal ans... 20 Sekunden. Wir gehen mal ans Periskop und schauen uns die Sache mal an hier. 10 Sekunden bis Einschlag. Das müsste dann ja... Welcher ist es denn? Der hier, glaube ich, oder? Na, wir werden es gleich sehen. Also ich hoffe mal, dass die ersten beiden schon treffen. Come on. Scheiße, viel Schuss. Und der zweite auch. Verflucht. Gut. Okay, dann setzen wir jetzt alles auf eine Karte. Der fährt immer noch praktisch dieselbe Richtung. Also ich glaube, gesehen haben sie mich noch nicht. Bemerkt haben sie mich noch nicht. Deswegen gehen wir jetzt wieder auf den hier. Haben wir hier eine Ziellösung für den komplett. Kompeto, ausrichten. Ja, passt schon. Ach shit, ich bin auch wirklich... Ne, Moment mal. So weit bin ich gar nicht entfernt, oder? Ah, zwei Kilometer. Das ist schon weit. Sollen wir... Gehen wir noch ein bisschen näher dran, wenn es geht. Gehen wir auf halbe Fahrt. Wenigstens die Korvette versenken. Das wäre schon... ...mehr als ich mir erhofft hatte. So, Winkel ein bisschen verändern. Torpedolösung ist bei 99%. Wir versuchen es nochmal. Die sind halt jetzt nicht vorgewärmt, aber sei es drum. Wir gehen absolut in die Vollen hier. So, die Geschwindigkeit... Kann ich hier gar nicht verändern, aber den Winkel. Den Streuwinkel. Warum ich die Geschwindigkeit nicht verändern kann, weiß ich nicht. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Bisschen näher dran noch. Okay. Wir riskieren's. Was soll schon schief gehen? Komm, wenigstens einen versenken. Ich hoffe, ich hab jetzt überhaupt auf den richtigen geschossen. Okay. Schauen wir mal. Ich hebe das Periskop noch ein bisschen weiter aus dem Wasser. Ist natürlich auch Spiel mit dem Feuer. Also die können ja durchaus das Periskop entdecken. 40 Sekunden bis Torpedo einschlagen. Was sagt die Karte? 30 Sekunden. Drei Stück. Wenn die jetzt daneben gehen, dann ist das ein teurer Spaß. Sieht auf den ersten Blick ganz gut aus. Komm schon. 10 Sekunden bis Einschlag. Fünf, vier, drei. Torpedo Versager. Yes. Schwere Schäden am Rumpf. Und der dritte? Der Aal ging daneben. Ah, viel Schuss. Verflucht. Oh, der scheint... Der ist direkt abgesoffen. Direkt abgesoffen, Leute. Okay. Ich glaub, mehr... Ähm... Mehr sollten wir nicht verlangen. Mehr sollten wir hier nicht rausfordern. Wir gehen direkt auf 80, 90, 100 Meter. Wo kommt eigentlich dieser Alarm her? So, also spätestens jetzt sollte Ihnen irgendwie klar sein, dass die Kollegen nicht alleine sind. Jetzt könnte es natürlich ungemütlich werden. Wir gehen in die Ego-Perspektive. Jetzt, meine Herren, wird es ungemütlich. Wie sieht es aus? Sauerstoff, Batteriekapazität, Sauerstoffgehalt. Wir sind schon auf 75 runter. Das ist natürlich schon echt mies. Wir sind auf Schleichfahrt mit blauer Beleuchtung. Vollständig verbraucht. Ein bisschen über eine Stunde. Eieiei. Wie sieht's aus? Was machen sie? Die Korvette ist eher abgedreht. Der Zerstörer ist auch eher abgedreht. Na, ich sollte vielleicht den Kurs auch wechseln. Weg hier. Da ist der andere Zerstörer. Was macht er? Wir drinnen eher so ab, glaube ich. Ein bisschen schneller laufen lassen. Die haben mich nicht entdeckt. Schaut euch das an. Legen Sie den Kurs an. Ich glaube, das läuft. Also ich will es ja mal noch nicht verschreien. Aber hier läuft keiner auf mich zu. Das ist halt jetzt auch noch Anfang 41. Also ich würde mal vermuten, ich weiß das natürlich nicht auswendig und keine Ahnung. Aber ich glaube, S-Tick hatten die möglicherweise zu dem Zeitpunkt noch nicht. Sonst wäre ich ja schon längst verratzt. Vier Kriegsschiffe gegen ein U-Boot normalerweise, wenn die S-Tick angebaut hätten. Dann hätte ich keine Chance. Die scheinen jetzt eher so ein bisschen auszuschwärmen, oder? Die Korvette macht sich irgendwie ganz vom Acker hier. Der Zerstörer ist in die Richtung gefahren. Vielleicht geht das wirklich gut. Und wir sind knapp 100 Meter unter der Oberfläche. Oh, oh. Der hat jetzt aber gerade hier rapide umgedreht. Wir gehen noch tiefer. Und wir gehen auf Schleichfahrt. Der kommt jetzt aber schon in meine Richtung, oder? Hm. Sieht doch ganz gut aus. Ich glaube, die nehmen jetzt alle wieder ihren ursprünglichen Kurs auf. Wie kann das sein? Habe ich wirklich so viel Glück? Äh, was ist das denn? So. Na, Männer? Alles klar. Ganz ruhig, Männer. Nur nicht die Nerven verlieren. Die haben uns nicht entdeckt. Mal die Besatzung ein bisschen durchgehen. Kann ja durchaus, manchmal passiert es tatsächlich mal, dass einer durchdreht. Wobei, ich glaube, das kann jetzt noch nicht passieren. Sondern erst, wenn die Moral wirklich richtig gesunken ist. Sauerstoff ist schon unter 50%. Das ist natürlich das Gegenteil von cool. Himmlische Ruhe bei den Dieselmotoren. Aha, Moment mal. Aber der steht einfach nur in der Ecke rum. Na, sowas passiert ab und zu mal. Mit dem werden wir mal ein bisschen reden hier. Also ich habe jetzt... Der hat tatsächlich hier im Dienst, hat der ein Nickerchen gemacht, der Kollege. Und ich kann mir jetzt einfach Bestrafungen aussuchen. Nur ermahnen, Toilette putzen, unter Arrest nehmen oder tatsächlich auch abknallen. Disziplin steigt dadurch um 25%. Aber ich werde jetzt hier mal auf Schleichfahrt im U-Boot unter Wasser. Unter... Also bei irgendwie bei 100 Meter Tiefe, glaube ich, nicht anfangen rumzuballern. Ich lasse ihm mal das Klo putzen. Aber sei leise dabei. Verdammte Undiszipliniertheiten hier. Aber man muss ihn zugutehalten. Also das ist natürlich auch deren erste Feindfahrt. Nicht nur meine. So. Schauen wir mal auf die Karte. Was hat sich getan? Ne, ne. Die haben alle, glaube ich, ihren ursprünglichen Kurs wieder eingenommen. Jetzt wird es halt echt eng hier mit dem Sauerstoff. Ich gehe schon mal ein bisschen höher, glaube ich. Wir gehen direkt auf Sieruhrtiefe. So. Okay, das sieht nicht so schlecht aus. Wie spät haben wir es eigentlich? Wo sehe ich denn die Uhrzeit? Ich meine, wenn es jetzt mitten in der Nacht ist? Ja, 17.30. Ich muss auf jeden Fall noch hier ein Stückchen warten. Bis die Korvette hier. Außer Sichtreichweite ist zumindest. Sonst ist mir das echt ein bisschen zu riskant hier, die Geschichte. Also es geht auf jeden Fall noch mit dem Sauerstoff. Wir sind zwar hier schon im gelben Bereich, aber wie viel haben wir noch? 31 Prozent. Das passt schon. Moral 44 Prozent. Ja, also denen taugt das halt auch nicht unter Wasser zu sein. Alarmzustand minus eins. Müdigkeit minus eins ist natürlich auch ein Problem. Zu viel Arbeit für die Besatzung. Ach, ich glaube, das kann ich aber ändern, indem ich... Moment mal. Wie ging das denn noch? Genau, wenn ich hier die Seemänner wieder von den Offizieren abziehe. Ja, zumindest mal einer weniger für beide. Aktuell, glaube ich, bringen die eh nicht so wahnsinnig viel. Nehmen wir die mal weg. So. Hat das ein bisschen was gebracht für die Moral? Ne, nicht wirklich. Wie schaut's aus? Eigentlich ganz gut. So, ich würde mal sagen, wir können es riskieren, wieder aufzutauchen. Und dann aber wirklich ab nach Hause. Okay. Kann man eigentlich... Moment mal. Kann ich den Funker, also den Hydrofon-Heini auch ansprechen? Und der sagt mir dann irgendwas durch? Ich glaube, das funktioniert nicht, oder? Okay. Okay. Nochmal Rundhorchen, Kollege. Na gut, das wird schon passen. Ich würde mal sagen, wir sind aus dem Gröbsten raus. Auftauchen. Schreit da immer rum, der Kollege? So, wo ist der Tiefenmesser? Okay, wir sind gleich oben. Frische Luft, Kollegen. Na? Habe ich hier eigentlich auch einen Tiefenmesser? Da ist ja auch einer, ne? So, jetzt sind wir oben. Okay, Turmluk ist geöffnet. Und ich würde mal sagen, wir sind raus aus der Nummer. Und eine Korvette weniger. Ah, ist gezeichnet. Okay. Rückmarsch. Rückmarsch, Männer. Kleiner Landurlaub, den habt ihr euch redlich verdient. Wir besetzen mal das Funkgerät wieder. Und setzen Kurs auf La Rochelle. Sehr schön. So, wir haben ja noch ein paar Kilometer vor uns. Kleines Intermezzo. Und wie gesagt, also ich glaube, dass die halt einfach hier Estic noch nicht an Bord haben. Um diese, um diese Kriegszeit. Um diese Jahreszahl. Anfang 41. Sonst hätten wir ja keine Chance gehabt. Also wir wären zumindest, hätten die uns irgendwie angepeilt und garantiert mit Wasserbomben angegriffen. Das wäre nicht so gut ausgegangen normalerweise. Also ich glaube... Ja, bloß weg hier. Fünffache Geschwindigkeit. Und Meldung absetzen. So, die Moral geht auch wieder direkt hoch. Plus 7, plus 6. Müdigkeit, minus 3. Aber okay, gut. Die werden sich schon schlafen legen, wenn es an der Zeit ist. Das wird schon passen. Ich weiß auch gar nicht. Kann ich Besatzungsmitglieder, also einzelne Besatzungsmitglieder eigentlich auch... Aber mit denen kann ich nichts machen. Ich kann eigentlich nur mit den Offizieren was machen. Also das heißt, ich kann jetzt nicht Seeleute an sich irgendwie schlafen legen gezielt. Das geht glaube ich nicht. Da steht auch schon wieder einer. Habt ihr gesehen? Den werden wir gleich mal ansprechen hier. So geht's ja nicht. Ah, wer ist denn wach? Der hier. Herr Kaloi. Der verlässt mal seinen Posten. Also ich denke auch nicht, nochmal einen Angriff zu fahren jetzt auf dieser Fahrt. Deswegen können wir den auch eigentlich direkt von seinem Torpedoposten abziehen, denke ich mal. Hier können wir wieder weißes Licht anschalten. Die spielen Karten auch gut für die Moral. So, wenn sie mich bitte mal durchlassen würden. Mh, yummy. Das sieht aber fantastisch aus, was du da brauchst. So, Kollege. Der kriegt... Der darf auch... Ein Matrose der Kriegsmarine ist stets wachsam. Du bringst Schande über unsere Besatzung. Und ich hab vor langer Zeit schon mal das Tutorial gespielt. Da kriegt man das halt auch direkt mal serviert, dass man eben so einen Matrosen hat, der irgendwo einfach pennt. Und man kann die tatsächlich erschießen. Also das steht nicht nur einfach so da. Ich halte das für ziemlich einen Wahnsinn. Also nicht nur einen Besatzungsmitglied zu erschießen, weil... Das ist vielleicht ein bisschen überzogen dafür, dass einer schläft. Außerdem fehlt einem der ja dann auch. Aber insgesamt jemanden auf dem U-Boot zu erschießen, halte ich für ein bisschen gewagt. Naja, wie dem auch seid. Der darf jetzt auch das Klo putzen gehen. Und wir gehen... Lassen uns nochmal auf den Turm blicken. Komm, geh weg da. So. Ah, wunderbar. Schön in die Abenddämmerung hinein. Schon nett gemacht, oder? Kann man sich echt nicht beschweren. Für ein Early-Access-Spiel, was noch längst nicht fertig ist, ist das wirklich schon eine richtig solide Nummer. Okay. Blick auf die Karte. Ich denke, wir können beschleunigen. Und ich denke, wir müssen auch auf den Diesel keine Rücksicht mehr nehmen. Wir machen direkt große Fahrt und verziehen uns. So, sehe ich denn eigentlich, was ich jetzt alles veranstaltet habe? Das sind die ganzen Funksprüche. Selbst wenn man Schornsteinrauch entdeckt und den Funkspruch absetzt, macht das schon 150 Punkte. Dann das Operationsgebiet erreicht, die Patrouille abgeschlossen, Transport entdeckt. Aber die Abschüsse, wo stehen denn die Abschüsse? Muss ich vielleicht mal ins Kriegstagebuch schauen, vielleicht steht das da drin. So, machen wir mal hier Schnellfahrt, Schnellreisefunktion. Und dann werfen wir gleich mal einen Blick ins Tagebuch, ob die ganzen Abschüsse da vermerkt waren. Das waren ja, glaube ich, jetzt schon drei. Drei Frachter müssten es gewesen sein. Zwei mit Torpedos, einen mit der Bordkanone und jetzt am Schluss noch die Korvette. Auch wenn die natürlich relativ teuer war. Ich habe fünf Torpedos verballert und ich glaube gerade mal einer hat getroffen. Aber immerhin, also ein Kriegsschiff weniger. Ist natürlich nicht so verkehrt. So, wir verlassen mal den Turm. Schickes Abendrot. Und werfen mal einen Blick ins Tagebuch. Würde mich nur gerade mal interessieren, ob die Sachen da dort vermerkt werden. Die ganzen Abschüsse. Die Tonnage würde mich halt mal interessieren. Wie viel das jetzt eigentlich insgesamt war. Das waren jetzt nicht die übermäßig großen Frachter. Aber da dürfte schon ein bisschen was zusammengekommen sein. Schauen wir nochmal. Ach, sieh an. Okay, da steht schon einiges drin. Transport entdeckt. Empire Lorenzo versenkt. Tonnage steht allerdings nicht dabei. SS Alchemus versenkt. Transport entdeckt. Empire Lance versenkt. Wir haben Isles versenkt. Ja, also schon vier Schiffe. Aber Tonnage, Tonnage. Viel Anzeige. Wir notieren mal. Rückmarsch. Zweimal unterstrichen. Sehe ich das wirklich nicht, die Tonnage? Das würde mich brennend interessieren. Nö. Na ja gut. Egal. Ab nach La Rochelle. Wir sind eh schon so gut wie da. Gebiet wird betreten. So, da muss man auch mal so ein bisschen aufpassen, wenn es dann in den Hafen reingeht. Dass man nicht irgendwo dagegen fährt. Was mir durchaus auch schon passiert ist. Ding, ding. So, da ist auch schon, da sind die Hafenanlagen. Machen wir hier mal so einen kleinen Kreis. Ich glaube, dass ich nämlich genau hier hin muss. Genau auf diesen Patch hier. Äh, nein. Nicht direkt da hinfahren. So, könnte das funktionieren. Und dann bin ich mal gespannt, was ich da hier jetzt so als Belohnung bekomme. Das Ansehen. Wo ist denn eigentlich das Ansehen? Hier ist die Moral. Ansehen 0%. Fortschritt zum nächsten Ansehenspunkt. Also der Balken hat sich halt noch gar nicht gefüllt. Aber vielleicht kriege ich das Ansehen ja auch erst, wenn ich die Mission wirklich abgeschlossen habe. Also sprich, wenn ich jetzt hier gleich am Hafen andocke, kriege ich dann vielleicht meine Ansehenspunkte. Ich hoffe es mal. Na gut. Dann wollen wir mal. Die letzten paar Meter. Wir gehen noch mal in die Kommandantenansicht. Klettern auf den Turm. Und legen mal an. Hier in La Rochelle. Bin schon ein bisschen stolz auf meine Männer. Muss man sagen. Haben sich tapfer geschlagen. Für ihre erste Feinfahrt war das schon ganz ordentlich. Und die Klamotten sind schon auch cool so nebenbei bemerkt. Also die sind ja alle ein bisschen individuell gekleidet. Nicht so einheitlich. Haben nicht alle dieselbe Uniform an. So ein bisschen casual auch teilweise. Das ist schon ganz nice. Nettes Detail auf jeden Fall. Hier kann ich keine Zeitkompression machen. Aber hier. Ich glaube ich muss doch noch ein bisschen näher dran. den Kurs auf diese Koordinaten setzen. Ich glaube ich kann auch schon stoppen. Gar nicht so schlecht für die erste Feinfahrt. Würde ich mal behaupten. Schneller, schneller! So. Nimm mal rein in die gute Stube hier. Das Undock-Manöver müsste von alleine über die Bühne gehen. Wenn ich hier in der richtigen Position bin. Ja, das müsste schon passen. Hier noch ein bisschen angekratzt vorne. Okay. Wie schaut's aus? Haben wir die Patrouille jetzt erfolgreich abgeschlossen? Will ich doch hoffen. Alle Maschinen stopp! Und wir haben angedockt. Sehr gut. Ausgezeichnet. Dann, ähm... Steigen wir mal aus. Und quatschen wir mal mit den Leuten hier. Ah! Nach Tagen und Wochen auf See. Endlich mal wieder festen Boden unter den Füßen. Boot ist unbeschädigt geblieben. Nix abbekommen. Vier Schiffchen versenkt. Da stehen sie alle und salutieren. Na Männer? Alles klar. Rührt euch. So, das ist der Rekrutierungsoffizier. Beim BDU wirkt viel über ihre letzte Patrouillenfahrt. Mhm. Der BDU ist also beeindruckt von meiner letzten Feinfahrt. Ah, okay. Cool. Ah, eine neue Auszeichnung. Eisernes Kreuz zweiter Klasse. Die Dekoration des Eisernen Kreuzes wurde 1813 von König Friedrich Wilhelm III. von Preußen eingeführt. Das hat eine lange Tradition im deutschen Militär. Es wird für einen einzigen Akt der Tapferkeit in der Schlacht verliehen. Der schwarze Kern besteht aus massivem Eisen und der Rahmen aus einer Legierung, die Neusilber genannt wird. Toll, ich freue mich. Großartig. Und auch noch ein Eisernes Kreuz erster Klasse. Ach, das kann ich wahrscheinlich meiner Mannschaft verleihen. Oho. Was hat das zu bedeuten? Punkte für die nächste Auszeichnung. Fünf für die Versenkung der Korvette. Man kriegt sogar Punkte für das Ermitteln eines Torpedo-Kurses. Interessant. Auftrag abgeschlossen. Plus eins. Mhm. 38 von 80. Belohnungen plus 20.000. Das sind, glaube ich, die Ansehenspunkte, oder? Und ich habe sogar einen Offizier dazu bekommen. Oder? Was hat das zu bedeuten? Laufbahn, Funker. Tonnage versenkt. Da steht es ja. 14.878 Tonnen. Brutto-Register Tonnen wahrscheinlich. Da sind die ganzen versenkten Schiffe aufgereiht. Und die Dinge, die wir so getan haben. Ja, cool. Nicht schlecht. Dann würde ich abschließend nochmal kurz schauen, was ich hier jetzt... Äh, genau. Wenn ich das hier schon machen kann, dann würde ich das direkt machen. Also maximale Anzahl von Offizieren erhöhen, ist, glaube ich, eine gute Idee. Was gäbe es denn sonst noch so? Okay, das ist dann der nächste Schritt. Mit sieben Offizieren an Bord, sogar freie Fahrt. Dieses Privileg würde es uns erlauben, Häfen anzulaufen, soll das wahrscheinlich heißen. Ohne Befehle vom Oberkommando zu erhalten. Okay, auch nicht schlecht. Und Einfluss Oberkommando eröffnet die Möglichkeit, Offiziere für spezielle Aufgaben an das Hauptquartier zu entsenden. Das ist dann die Forschung. Da muss man nämlich einen Offizier irgendwie erstmal abstellen für einen gewissen Zeitraum, damit der sich da irgendwie an der Forschung betätigen kann. So, aber dann nehmen wir erstmal das hier, wenn es geht. Ah, das geht gar nicht. Nein, was kann ich da überhaupt irgendwas von kaufen? Ich kann doch gar nichts kaufen. Oh, fehlt mir echt noch ansehen. Ach, wie schade. Um es mal vorsichtig auszudrücken. Ja, okay, ich habe hier keinen Punkt. Dann waren das wahrscheinlich diese, ich glaube, 38.000, die ich haben hätte müssen, oder? Sehe ich das richtig? Ach. Okay. Ich könnte sie noch auf Urlaub schicken, meine Kollegen. Disziplinarstrafen werden zurückgesetzt. Na, das überlege ich mir noch. Das soll es auf jeden Fall erstmal gewesen sein an dieser Stelle. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch ein wenig gefallen. Und wenn ihr Bock habt, sehen wir uns zur nächsten Feindfahrt wieder. Bis dahin und macht's gut. Also wenn, dann schicke ich sie nach Bayern, glaube ich. Alpenresort oder Bayerisches Dorf. Wir schauen mal. Wir hohen. Nein. Wir schauen mal. Vielen Dank.